Hallo und da sind wir wieder. Guten Tag, wir sind wieder da. Tradestone ist eine verdammte Hure. Ja, ein Notch auch. Eine ganz billige mit Herpes. Und Pilz. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo da jetzt der... Pilzerfungi. Ah ja. Kannst du bitte nochmal eben ganz kurz gucken, wie man... Dinge, normale Pisten. Links und rechts jeweils unten zwei Cobblestone, also unten und Mitte. In die Mitte ein Stück Eisen, oben Holz und unten, Mitte ein Redstone. Okay, ich habe es mir, glaube ich, gemerkt. Kannst du ein bisschen Dirt mitbringen auch? Ja. Kann sein, ob wir hier den Teich ein bisschen trocken legen müssen. Ein klein bisschen. Oben drei Holz. Oben drei Holz, ja. Unten links Cobblestone, unten Mitte Redstone, unten rechts Cobblestone. Ja. Mitte Stück Eisen. Ja. Natürlich. Mitte links, Mitte rechts Cobblestone. Ah, okay. Jo, da haben wir sie. Brauchst du vier Stück oder was? Warum ist hier ein Skelett in goldener Rüstung? Zwei. Ja, egal. Jungs? Weil die manchmal so einen Skin haben. Achso, der hat aber keine Rüstung an. Äh, nö. Also die droppt nicht. Schade. Ich versuche nur geradezu herauszufinden, wo nochmal Input und Output waren. Also Output ist einfach. Das ist quasi da, wo die Torch drunter liegt. Plack da. So, aber Input. Ich hab mich völlig verlaufen. Das ist aber scheiße. Äh, in der Höhle meinst du? Nee, ich bin oben. Du bist direkt bei dir quasi. Echt? Du musst einfach nur am Wasser entlang Wasser rechts lassen und dann einfach... Okay, dann hab ich mich da nicht verlaufen. Einfach Wasser immer rechts lassen. Okay, aber ich hab'n, ich hab'n... So, Pistons. Äh, zack, zack. Dankeschön. So, dann gehen wir ja so und so. Und dann kommt hier so. Ich guck schon mal, dass ich die Signale zusammengelegt kriege. Ja. Dafür müsste ich... Hier entlang quasi einfach... Hast du noch Repeater über? Klink, Sekunde. Ja, wie viel brauchst du? Äh, weiß ich noch nicht. Schmeiß mal einfach. 1, 2, 3. Ja, oh, Lüfte reichen. 1, 2, 3. Ach, das sind jetzt alle. Moment. Äh, düp, 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 schnuck. Klonk. Hm, ja. So. Von hier geht dann der andere ab. Ähm, was machst du? Ich versuche gerade den hier wegzusneaken erstmal. In einem Kreis drumrum bis außen, damit man da irgendwo auf den Knopf drücken kann. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Oder kann man Signale, auch Eingangssignale einfach zusammenführen? Ich denke schon. Warte mal, können wir ausprobieren, indem wir... Eigentlich schon. Tatsächlich. Okay. Das geht in der E-Technik nicht. Tja. Ich habe eins meiner verlorenen Schafe wiedergefunden. Das ist ganz toll, Bin. Ich, äh... Tut mir leid, ich versuche mich hier gerade zu konzentrieren. Ich muss jetzt... ...dann so Geschichten tun wir heute nicht gebrauchen. Ach, da ist Wasser. Bäh, okay. Dann werde ich wohl mal... Wenn der verlorene Sohn wiederkommt, dann schlachtet man eine Schafe. Also wenn das verlorene Schafe wiederkommt, muss man einen Sohn schlachten eigentlich. Wolltest du dich anbieten? Bin ich dein Sohn? Nein, ähm... Für das Schlachten, nicht für das Schlachtende Sein, meinte ich. Du wirkst gerade so, als sei es in Schlachtlaune. Ah, nein. Äh... Ja, ich benutze das hier einfach mal als Test. Hier, hast du noch eine Torch, Dennis? Ja. Brauchst du eine? Ja. Ich frage nur das aus Interesse. Ne, ne, ich... ...habe gedacht, ich sollte irgendwo eine hinsetzen oder so. Ne, da passiert nichts. Ich weiß nicht mehr, wo der Input war. Das ist doch blöde. Der powert den Golben nicht. Du müsstest den von hier setzen. Ne, soll er auch nicht. Ach so, okay. Irgendwie war das anders. Input. Nochmal. Hatte der nicht an der Fackel angesetzt? Weiß ich nicht mehr. Ach so, das kann sein, dass der hier ankommt. Moment. Aus. Klunk, klunk. Ach so, ja. Plump, plump, plump. Und so. Na. Ja, das ist es nämlich. Müssen wir halt noch rumbauen, wie gesagt. Ja, ja. Klunk. Und... Äh, ist das so richtig? So, jetzt mal auf den... ...Fingstbums drücken. Ja, ich geh mal eben. Moment. Äh, jetzt kommen wir nicht mehr rein, weil die Tür zu ist. Doch, doch, ich hab aufgemacht. Soll ich drücken? Ja. Mal nochmal. Gepowert werden müsste ja eigentlich einer der Pistens... Nein, müsste nicht. Nee. Einfach das wird leider nicht. Boah, dass man auch kein aussagekräftiges Bild findet. Aha. Guck mal, was haben wir denn da? Ja, da ist der Lieber direkt am Pisten dran, du Penis. Das kann ich auch. Muss denn da die Leitung dran liegen? Das hier mit. Nein, das ist falsch. Ah. Äh. Da. Da ist auch der Schalter direkt am Pisten dran. Ich werde bekloppt. Ach so, äh... Wo ist denn... Wo kommt denn der Schalter ran? Dann ist doch da eigentlich dein Input. Ja, der kommt ja eben genau da an den, äh, Block, wo jetzt der, der Kabel da... Dann sind wir einen zu hoch. Nein. Oder doch. Ja. Doch, ist richtig. Äh... Das ist ja auch das Blöde, dass du erstmal wissen musst, wie verschiedene Blocks überhaupt erstmal gepowert werden. Ja. So, das müsste es sein. Aber jetzt denied er sich gegenseitig irgendwie. Der ist hier daueran. Ah, ist aber nicht schlimm. Ich glaube, wenn man den Schalter drückt, geht er aus. Warte, ich teste. Ja, genau. Das ist ja der Plan. Ja, 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 ja. Ich habe erst gedacht, er hat ein Endless... Ja, Moment. Gibt sich nur noch nichts. Ähm... Weißt du, was das Problem ist? Was denn? Das Problem ist, dass... Ähm... Der hier noch in den Pisten reinläuft. Was soll er nicht tun? Ach so, ja, dann gehen wir eben kurz weg. Schritt zurück nur. Ja. Naja. Ja, das läuft jetzt, läuft jetzt damit hin. Ja, dann müssen wir... Eigentlich soll das so sein, dass der quasi von hier reinläuft. Ja, geht ja auch. Dann umhöhlen wir den einfach. Gehen wir einfach da lang. Oh, Alter. Aber so lang, so. Zack, 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 zack. Ja, ja, ja. Ja, dann komme ich ja wieder an den Pisten an. Nee, der Power-Tip-Pisten nicht. Nee, braucht er nicht? Der von der Seite kommt nicht. Tink, tink, tink. 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 Oder doch, seit wann das denn? Tink. Warte, ich. Äh, hau trotzdem nochmal eben drauf. Tut sich nix. Normalerweise, es gab da früher immer so ne... Ja gut, jetzt haben wir hier mit Kurzschluss drin. Ähm... So. Jetzt, ne? Warte mal. Ja, jetzt hau mal den Schalter auf. Nö. Moment, aber es kann sein, dass das Kabel zu lang ist. Einfach, mach nochmal. Ach so, hast du einen Repeater gesetzt. Ne. Ne? Äh, warte, ich probiere einfach mal einen Repeater zu setzen. Da ist es noch ne gute Position dafür. Nö. Ja, ich hab noch nicht. Ach so. So, mach nochmal. Nein, da... Doch. Jetzt hat sich was getan. Okay, der Schalter mit der fallenden Flanke, aber das ist egal. Äh, Problem... Können auch mit der steigenden Flanke machen. Ich kann auch ne Negation reinmachen. Genau, wir müssen andersrum. Jetzt sind die... Die Techniker in mir freust. Die Pistons sind nämlich jetzt, äh, zu. Also reingezogen. Wir müssen die aber ja draußen haben. Und wenn man drauf drückt, müssen die sich reinziehen. Ja, du... Wenn die sich... Die machen immer das... So. Pass mal auf. Ich erkläre dir das noch. Ach so, ja, ja, ja. Jetzt hab ich's verstanden. Ist schon okay. Es ist schon spät. Ja, ja. Man drückt einmal, es geht rein. Man drückt nochmal, es geht wieder raus. Ja, ja. Ja, ja. Klar. Es ist halt einfach spät. Ja, alles klar. So. Ähm. Genau. Ich versuche jetzt einfach mal noch das Signal hier zu ziehen. bis draußen, damit man auch von außen... Du kannst, ähm, quasi hier dran schwanschen, ne? Äh, ach, wunderbar. Ja, kannst du dran schwanschen. Sehr schön. Dann muss ich nur sehen, dass ich... Oh, Gott. Ja. Ich weiß, was ich meine, ne? Ja, ja. Äh. Warte mal. Hast du das hier an dem... Wenn ich... Ja, würde ich gerne. Wenn ich... vielleicht die... in der Wand machen, dann ist das bisschen... Dann muss... Sonst muss ich ja die Leitung dann kaschieren. Ach, ne, da ist kein Platz. Ne, da ist gar kein Platz. Absolut nicht. Kaschieren... muss man nicht unbedingt, wenn ich... Ne. Wenn du hier den Schalter dran machst, unten. Ja, und dann da ein... Torch, ne? Und dann unter dem... Ach so. Und dann nicht mal eine Torch. Ja, geht auch. Ich dachte, unter dem... unter dem Block halt langgraben. Das siehst du ja nicht. Ach. Genau so. Jo, funktioniert. Können wir hier... noch einen runter. Zack. Setzen nach oben einen drauf und gut ist. Geht der noch? Ja. Ja. Kommen wir hier nämlich raus. Ich bin mal weg. Ja, da muss ich ja eh noch... Ja. Ich hoffe mal... Ah ja, okay. Sieht okay aus. Ah. Da... Weißt du, nur weil die Welt uns noch mehr fisten möchte... Oh. Ja, okay. Wasser... Fängt es jetzt an zu regnen? Ja, nee, 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 nee. Ja, gut. Ja, okay. Geht's wieder hoch. Ja, ja, von hier aus könnte gehen, ne? Ja. Du musst ja wahrscheinlich Repeater setzen. Ja, ich setz einen dazwischen hier. Äh... Am besten. Ja, genau. Hier war nicht genug Platz für Repeater. Ich hab grad gesucht. Und... So. Das dürfte es sein. Mal eben testen. Bin dabei. Ah ja. Ja, das funktioniert. Ähm... Nein, verdammt, jetzt... Ist das schlimm, dass es bei der fallenden Flanke schaltet? Äh, Problem ist, wenn wir jetzt hier einen Block reinsetzen, wird das wieder abgekappt, das Signal. Kein Problem. Ja, gut, okay. Können wir halt lieber schön... Müssen wir sowieso eine Ebene drauf machen. Ja, okay. Ja, gut, dann ist es wirklich egal. Müssen wir sowieso machen. Okay. Im Clip-Top auch. Ähm, ups. Der ist egal, dieser Block hier, wo ich draufstehe, ne? Der ist wurscht, ja, den kannst du nicht machen. Ne, ich will hier hoch, so. Achso. Gut, okay. Äh, Schalter haben wir schon dran. Ah, okay. Kannst du da noch den Rest der Dirt machen? Ich hab jetzt keinen Dirt. Dirt? Nein. Achso, ja. Ich hoffe, dass nichts weggeschwemmt wurde. Hast du hier auf die Gaffel? Ich musste, ja, Cobblestone halt, ne? Aber macht ja nichts, ist nur die Leitung hier. Okay. Ja, gibt's. Ist wieder okay. Hier komm ich noch raus. Das sieht auch vollkommen okay aus von draußen. Ja, wenn da wieder auch ein bisschen Gras gewachsen ist. Äh, können wir auch einen Baum pflanzen vielleicht drauf und so. Ja, oder so. Äh, sollen wir auf die Säulen noch Wackeln draufstellen? Können wir machen, ja. Ich mach nur mal eben hier wieder. Jo, genau. Einmal zu. Dann, zack. Rücken wir drauf. Achso, ja, da fehlt noch der. Ja, der ist gut. Ja, der soll. Ja, ja, ja. Genau. Okay, hier können wir noch zumachen, die Wand. So, zack, 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 zack. Zur Schaltung müssen wir nicht mehr, ne? Ne. Äh, fackeln. Ich stell mal noch eine hier rein, damit nicht immer Spawn-Dingswunster ist. Aber wir können hier dann noch eine Säule hinmachen, damit sind wir noch die Bissens gar nicht mehr. Ja. Ähm. Da können wir auch dann direkt... Halbwick. Ja. 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 Jo, sehr schön. Ben, komm mal gucken. Okay, Sekunde. Ah, sehr schön. Es funktioniert. Es funktioniert. Äh, komm ich jetzt noch komplett weg. Jo. Mach mal ein bisschen Random-Platform hier so. Hm. Und der Regen geht mir hart auf den Sack. Ganz minimal. Hattest du noch einen Timer gestellt, Ben? Ähm... Hattet ihr was gesagt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, wir haben die Folge ja relativ schnell wieder weitergemacht. Ich glaube es ist die Hälfte ungefähr rum. Würde ich auch mal sagen. Hatte ich jetzt nicht mehr. Hatte ich jetzt nicht mehr. Ja. Das ist nicht schlimm. Ich komme jetzt gleich sofort. Und der macht aber jetzt was her optisch. Ja. Müsste ich auch sagen. Ach. Das macht ja nix. Ja. Das macht ja nix. Ja. Hattet ihr so ordentlich Zeit und Nerven mit was haltet. Ja. Vor allem dich, weil du ja die Flip-Flop-Schaltung gemacht hast. Bitte? Die beiden brauchen wir ja, ne? Ähm... Ja, 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 die sind zwar... Ja. Die sind leider nicht... Ja. Man könnte natürlich auf der anderen Seite auch noch zwei draufknallen. Ja. Machen wir doch. Hast du noch ein normales Händchen? Ich hab noch, ja. Ja. Wunderbar. So, ich komm rüber. Das Tüpfelchen auf dem i könnte man da jetzt noch eins mit Weins tun. Ja, die sowieso. Dafür hatten wir sie ja vorhin eingesammelt. Ach so, warte mal. Ja. Ben, bleib mal noch da, wo du bist. Jetzt gerade mal. Okay, darf ich noch nicht gucken. Nein. Hier sind zwei Babyzombien. Wenn mal Babyzombien gesehen sind. Ich bin gerade bei euch im Lager. Soll ich hinkommen? Ja, du sollst ja jetzt noch nicht zu dem. Noch nicht, noch nicht. Ich bin jetzt gleich so weit. Im Prinzip. Wie willst du mit denen zu mir kommen? Die verfolgen mich doch. Ach so. Aha. Dich sehe ich, aber ich sehe keine Zombies. Ah, der versäugt auch gerade unter Bier. Ist egal. Oder doch nicht. So, jetzt könnte er. Ach, jetzt sehe ich. Die sind bald total schnell. Da kann man. Bringt die das gleiche wie die anderen? Ich habe gerade die Viewbox. Ah, das ist weg. Das sieht von hier aus ja schon mal cool aus. Was hast du jetzt noch gemacht? Wie hast du es gesehen? Ich? Ach so. Ah. Das hier da macht noch weitaus mehr her. Ja, vor allem, was wir jetzt gemacht haben. Was ist jetzt? Komm rein. Äh, ich sehe gar nichts. Ah, cool. Und, ähm. Hier sind vier Schalter? Ja, drei Dummies quasi. Bitte? Drei Dummies quasi. Ach so, also der ganz rechts. Mit der Regulzeit. Deswegen hatte ich gesagt, noch nicht kommen, weil... Cool. Sieht sehr gut aus. Cool. Kannst du ja auch mal die Schaltung einkommen, die hier gebaut haben. Wie kann ich die sehen? Ja, komm. Ja, komm mal. Komm mal rein. So. Bitteschön. Hier unten kannst du auch rein. Ich hau mal drauf, ne? Ja. Sieht kompliziert aus. Ja, haben es auch ein bisschen gebraucht. Also ich... Die Höhle war keine Absicht. Nee, da bin ich ja reingefallen. Nicht schlecht. Können wir aber auch mal zumachen. Wenn das nicht in die Schaltung rein spawnt. Ja, warte mal, ich hab 10 Kobbels dabei, dann... Ja, ich mach' einen. Ach so, okay. Warte mal, mach' noch mal auf. Die Tür. Also die Tür. Und zu. Yay. Kann man doch nicht sterben, wenn man es fett spielt? Ich meine ja. Du nimmst dann auf jeden Fall Schaden. Ich weiß nicht, ob du sofort stirbst. Ich bin gar nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es nicht suffocated in a wall gibt. Ich meine schon. Weil ich weiß jetzt nicht, wenn es z.B. ansonsten ja kein Platz wäre. Dann könnt's ja mit dir ausprobieren. Ja, können wir vielleicht auch lassen. Problem ist einfach, du kannst ja gar nicht zerquetscht werden. Wenn da ne Wand ist, kommst du ja gar nicht dazwischen. Beziehungsweise, ach so, ja doch, natürlich, wenn er auf ist, ja. Weil wenn jetzt quasi hier, wo ich jetzt stehe, und hier und hier auch, dann hättest du ja keine Möglichkeit irgendwie auszuweichen oder zur Seite gepresst zu werden. Also ich weiß, man nimmt dann Schaden. Okay. Ich weiß nicht genau, wann man stirbt oder wie viel Schaden es ist oder so. Auf dem Dach ist nichts mehr, oder? Ne, das ist nur Deko. Boah, diese Brücke. Ich falle acht Millionen mal da runter, weil ich nach hinten gucke. Ja. Ja. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt los. Ja. Damit sollte die Folge beendet sein. Ich glaube, wir haben auch, wenn nicht ganz, ne halbe Stunde zusammen. Aber wir können ja nochmal eben Scheiß wegbringen. Ich hab nämlich alles voller komischen Redstone-Sachen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Zum Abschluss des Tages falle ich nochmal zum Wasser. Ja, die Brücke, wenn man rückwärts läuft, ist schon cool. So. Oh. Okay. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020